Hallo und herzlich willkommen bei ML3. Ich bin der Maik Lenke und ich habe so vor sieben Jahren die Firma ML3 als begeisterter Handwerker gegründet. Mittlerweile sind wir ein Familienbetrieb für zehn Mitarbeiter und meine Frau und ich haben die ML3-Strategie entwickelt. Wir sind spezialisiert auf Möbel, Küchen- und Raumkonzepte. Mit unserer ML3-Strategie garantieren wir dir einen qualitativen, strukturierten und terminkrechten Projektablauf. Damit erleichtern wir ganz oft unseren Kunden die schwere Entscheidung. Im ersten Beratungsgespräch nehmen wir die Wunschvorstellung für unsere Kunden entgegen und gehen dann in die Projektplanung und erstellen detailliert die 3D-Visualisierung. Beim zweiten Termin können unsere Kunden dank ihrer VR-Polle frei durch den von uns geplanten Raum laufen und Details auf sich hier gelaufen. Wenn sich unsere Kunden Änderungen oder Optimierungen wünschen, geht es für uns in der letzten Feinschliff. Nach Abschluss der Entwurfsplanung setzen wir das Projekt mit unserem Team dann in die Werkstatt und mit der Montage um, bis es für dich perfekt ist. Wenn du dir einen begeisterten und kompetenten Partner zur Realisierung deiner Traumküche, deines Wunschmöbel oder deines Wunschraumes suchst, dann melde dich gern bei uns. Wir freuen uns auf einen Besuch bei uns im Showroom in Kandan. Bis bald!